Da habe ich mir so viel Mühe gegeben und das Bild verpixelt und ihr wusstet einfach trotzdem sofort, für wen das Profilbild wird. Nämlich für die Valsas. Ihr seht schon, ich habe hier am Anfang relativ viel noch bearbeitet, weil leider das Bild sehr, sehr abgeschnitten war. Ich glaube, ich habe es geschafft, dass es sehr natürlich aussieht. Dann habe ich natürlich noch die Schrift gemacht. Da habe ich mich einfach wieder für so eine Handletting-Schrift entschieden, weil ich finde, das passt irgendwie voll gut dazu. Und dann noch die Namen. Ihr könnt sie super gerne jetzt ein paar Mal in den Kommentaren markieren, damit sie auch das Video sehen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das findet und macht gern es bloß weg.